Hallo Fans, ich mache jetzt kurz Brennpunkt alleine. Das ist jetzt wieder hinter den Kulissen. Der Tinko braucht noch ein bisschen, nämlich ist bei dem noch ein Update einer zu spielen. Und der muss jetzt nochmal mitwarten bis der PC angeht. Und ich dachte ich nehme euch da mal mit in meine Alleinheit, dass wir unter uns sind. Heute wird es viele Themen geben im Brennpunkt. Was heißt, ich habe fast gar keine Themen. Ich hoffe, dass Tino die ganzen Themen hat. Aber wir reden vermutlich mal wieder über Twitter. Ich habe hier eine dumme TikTok-Challenge. Ich habe hier noch was von Robin, was im Entferntesten mit dem Klimawandel zu tun hat. Und wenn noch Zeit ist, können wir noch ein bisschen über die ganzen Ukraine-Geschichten reden. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ihr könnt euch freuen. Tino wird jeden Moment anrufen. Ah, der ist ja auch schon. Hallo Tinko. Ich bin schon bereits auf Aufnahme. Aufnahme. Ich habe quasi schon eine Anmod gemacht. Ich auch jetzt. Okay, dann lass uns kurz schreien. Okay. Ah! Schrei einfach. Okay, perfekt. Jetzt sind wir synchronisiert. Perfekt, ja, sehr gut. Perfekt, perfekt. Gut, gut. Es geht ja Schlag auf Schlag an. Da hast du auch schon fleißig die Themen recherchiert. Ja, also nicht vorher noch mal, aber so über die letzten Tage habe ich mir mal wieder so ein bisschen was aufgeschrieben. Und das können wir heute verwerten. Man könnte da quasi ein Format draus machen. Das ist gut, oder? Ja. Man könnte quasi wöchentlich, ach ist egal. Ist ja ganz gut, weil normalerweise haben wir, bevor wir aufnehmen, immer so ein bisschen Privatgespräche. Aber ich habe so wenig Themen, dass ich denke, wir können die Privatgespräche einfach in den Podcast reinziehen. Ach, gar kein Problem. Ich habe einiges erlebt die Woche. Klasse. Naja, dann schieß los. Also erstmal ein saftiges Allo aus der Datenautobahn. Datenautobahn. Oder so, genau. Willkommen zum Flottcast Interbrennen. Hallo. Ausgabe 3 ist es jetzt, ne? Wenn nicht sogar 4. Nee, warte mal. Doch. Doch, doch. Es waren schon so viele. Ich habe nicht mehr mitzielen können. Da 1, 2, 3, das ist der 4. Ach, krass. Okay. Ja, 5 müssen wir sicherlich noch machen. Ich glaube, 5 müssen wir noch machen. Dürfen wir machen. So schnell kommt Robbe nicht harm. Ja, mein Rücken. Mein Rücken. Ja, ich habe gerade einen Film geschaut und zwar My Policeman. Kennst du den? Ah, ja, nee. Mit Harry Styles. Warte mal, My Policeman. Der ist gerade bei... Ich muss jetzt googeln, worum es in dem Film ging. Nee, das nicht. Ich muss nur gucken, wie er auf Deutsch hieß. Der Liebhaber meines Mannes. Oder auf Englisch heißt. Der ich hätte... Ja? Mein Polizeimann hätte ich jetzt vermutet. Hätte ich auch gedacht. Aber nee, es ist My Policeman. Und er war... Also anders als ich dachte. Er geht halt um einen schwulen Polizisten von Harry Styles gespielt. Mein Celebrity Crush hoch 10. Und ich finde, er spielt so mittelmäßig. Er selber, aber ich finde, er macht das ganz gut aus der Sicht eines verklemmten Polizisten. Hat mich ein bisschen der Brokeback Mountain erinnert zwischendurch. Aber es war ein sehr emotionaler Film und gut gemacht prinzipiell. Habe ich gerade geschaut bei Amazon Prime ist der zu sehen. Sehr emotional. Hast du da geweint? Nicht ganz, aber es gab schon Momente, wo ich dachte, ach scheiße, Anna. Also ich kann es nachfühlen. Wo ich fast geweint hätte, war mein Privatleben. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich letzte Woche beim Ärzte-Konzert war. Ja. Und heilige Scheiße, was für eine Setlist. Ja. Also, für uns. Haben die das schon mal gespielt? Ich weiß es nicht. Ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Für uns? Nee. Ja. Ja. Und als er diesen ersten Töne gespielt hat, da dachte ich echt, hätte ich wirklich fast geweint. Ich dachte, Alter, nee. Alter, ich verhöre mich, ne? Die traurige Ballade der Susi Sparkowski. Nee, bei uns haben sie etwas anderes gespielt. Ich glaube, das war hier von Le Frisur. Dieses ... Da haben sie auch was gespielt, ja. Ich weiß noch nicht mehr genau was. Also sie spielen ja immer Mini-Plee und Dings. Und sie haben auch noch dieses ... Oh Gott, wie heißt es denn? Wo der Vater die Tochter ständig missbraucht, weil es billiger als ... Das ist die traurige Ballade der Susi Sparkowski. Ach genau, stimmt. Okay, ja, stimmt. Ja, und das habe ich live noch nie gehört. Und ich hatte echt einfach nicht damit gerechnet, dass das kommt. Ja. Alter, wie geil. Das ist doch einfach schön, dass es das noch gibt in der Live-Musik, dass Leute sich noch auf die Bühne stellen, von irgendwelchen Kindsvergewaltigungen mit leicht sarkastischem, naja, nicht jetzt lustig machenden Ton, aber so dieses ... Es ist ja jetzt kein wirklich trauriges Lied. Nee, nicht so richtig. Aber es geht. Es geht. Hat so eine Ebene, die schon ein bisschen sad ist. Ja, aber es ist ja ... Es singt ja eher diese Brutalität als dieses Recht und so weiter. Und dann ist es ja noch brutaler, weil ja, der Song hat ja am Ende eine Pointe, die die ganze Sache ja nochmal krasser macht. Also das war wirklich ... Können wir gerne in die Playlist packen. Susi Sparkowski? Machen wir. Erste traurige Ballade. Ich glaube, der hieß in etwa so oder so ähnlich. Planet Punk dürfte das sein. Ach, du hast ... Okay, du hast doch recht. Der hieß doch so, okay. Okay. Es kann sein, dass ich ihn auch von der MP3-Liste damals abgekürzt habe mit irgendwie die traurige Ballade von Susi S. oder so. Aber stimmt. Susi Sparkowski. Ach, ich hab das auch ganz oft gemacht. Früher musste man ja noch, wenn man sich jetzt ... Wie sag ich das? Eine CD, die man auf jeden Fall auch kopieren durfte, auf den Computer kopiert hat, weil man sich ja auch noch eine zweite gekauft hat. Aber die wollte man nicht immer in den Computer reintun. Ja. Dann hatte man ja immer nur Track 1 bis, weiß ich nicht, 16 und musste die ganz, ganz oft von Hand dann noch benennen. Ja, stimmt. Da hab ich manchmal ... Also auf der Rückseite des Albums steht ja dann drauf, wie die heißen, da hab ich mir immer so lustige Namen überlegt manchmal. Ach. Oder manchmal hat mir auch ein Kumpel die CD nur geliehen. Ich hab mir die Flink rübergezogen. Also, nee, es war jährt. Und da musste ich mir dann selbst überlegen, wie die Songs hießen. Das war quasi vor Internet. Das war in den 60ern, ja. Ja, ja, ungefähr war das da. Ich hab's was Ähnliches gemacht. Und dann digitalisiert. Ich hab so eigene Best-of-CDs erstellt. Ich hab quasi so eine eigene Reihe gemacht, weil ich mochte immer so Bravo-Hits und Popcorn mochte ich immer ... Da hab ich immer so eigene ... Die hießen Evergreen. So eigene CDs gemacht, so CD-Reihen mit meinen Lieblingssongs drauf. Aber so richtig so Cover gezeichnet und so und dann reingemacht. Und da hab ich dann immer so von ... Da haben wir so Rammstein-Songs drauf gemacht und was weiß ich. Oder auch von Sinnlos Telefon und Anime-Intros und so. Okay. Da hatte ich so ein Stapel eigener Best-of-CDs, die ich gerne gehört habe. Evergreen. Was ist heute die Spotify-Playlist? Das ist nur mit weniger Liebe, ne? Ja, ist so. Ist so. Das waren noch andere Zeiten. Ja, Thema Rammstein. Stresschen und ich hatten vorhin so ein Nahtod-Erlebnis. Das war richtig seltsam. Also, tagelang haben wir dieses Auto, weil ich gerade meine Bruder einräume, Umzug und so weiter. Und die ganze Zeit ging dieses scheiß Augskabel irgendwie nicht. Und ich weiß auch nicht, was es war. Also, plötzlich, ich fuhr um die Kurve und plötzlich fing so ein Ton an zu surren. Und je höher der Motor drehte, desto höher wurde dieses Surren. Ich weiß nicht. Aber es kam eindeutig aus den Boxen. Ich hab das nie gerafft. Und plötzlich startet ... Ah, das Engel von Rammstein. Und diese, hä? Was ist das? Warum kommt dieses Lied plötzlich? Was ist hier los? Habt ihr Spotify angemacht? Nee. Es war am Ende eine CD, die aus irgendeinem Grund noch im Auto drin war. Aber was hat diese CD gestartet? Warum Rammstein? Und du stellst dir einfach vor, wie eerie das ist. Du sitzt in diesem Auto und rechts ist mit nix. Und plötzlich kommen komische Geräusche. Und Engel von Rammstein startet. Das ist schon verrückt. Es war so ein Nahtoderlebnis. Danach habt ihr so das Handschuhfach aufgemacht. Da lagen dann so CDs von Onkelz und Slypnir und Freiwill drin. Oh, wo kommen die alle her? Und Rammstein. Ja, ein Handschuhfach. Wir haben dann rausgefunden, dass die Handschuhfach so eine Sackbox ist. Ah, da war Telefonan drin. Da ging dann der Raum immer weiter groß. Ja, ja. Und da war da so ein schwitziger alter Mann. Und der wollte, dass wir den sauber lutschen. Wir haben es dann ganz schön wieder zugemacht. Dann war da gut. Weil wir gerade bei Musik sind. Ich habe jetzt endlich den besten KI-Song aller Zeiten gefunden. Aha. Und jetzt konnte es eigentlich für mich das Ding wieder beenden, dieses Projekt KI-Musik. Und zwar Freddie Mercury, wie er Let It Go singt von der Schneekönigin. Es ist einfach so geil, Alter. Es klingt wirklich wie eine echte Aufnahme. Also es gibt ja viele KI-Songs, wo du halt hörst, okay, da sind so ein paar Fehlerchen drin und es ist ein bisschen weird. Aber Freddie Mercury singt Let It Go. Es ist so emotional, weil auch die Töne einfach alle stimmen und auch diese Range auch stimmt. Genau, die Range ist nicht. Weil bei den meisten KI-Songs hast du ja, dass man gerade bei den hohen Tönen merkt, okay, die eigentliche Stimme singt, sind solche Töne nicht dabei in der Trainingsdatenmenge. Also dieser Mensch hat doch nie so hoch gesungen. Aber Freddie Mercury hat ja so eine pervers krasse Range, dass er, glaube ich, wenn er KI-Songs macht, wenn man KI-Songs mit seinen Songs füttert, dass er auch die hohen Töne glaubwürdig wiedergibt. Kannst du mir gerne mal zeigen. Ja, gerne. Deswegen mein Tipp an euch alle, Freddie Mercury KI singt Let It Go. Ich habe es aus Spaß gehört, aber ich war echt ergriffen von dem Song. Er war richtig gut. Okay. Es gibt viele schöne Versionen von dem Song, außer das Original. Aber es gibt auch so, wo dieses kleine Kind da voll am Rumschreien ist, mag ich voll gerne. Es gab doch noch von Angela Merkel, glaube ich, noch eine lustige Version, wie sie Ich-Lass-Loss-Loss-Singt. Okay. Ja, gibt es viele verschiedene. Also wie gesagt, zeig das gerne mal. Ich werde es natürlich absolut nicht in die Beschreibung packen, wer bin ich denn. Wer eben. Aber wahrscheinlich sehr zu empfehlen, ja. Ich habe es jetzt bei Telegram geschickt. Emotional. Okay, da freue ich mich schon drauf, werde ich mir im Anschluss anhören. Dann esse ich eine Pizza, dann höre ich den Harry Podcast und dann gucke ich das neue Robin-Video. Hast du das schon geguckt? Nee, aber was heute rauskam nicht, das höre ich mir meistens morgens an, zum Frühstück. Ach so, nee, ich gucke das immer, sobald es rauskommt, es sei denn, ich nehme gerade Brennpunkt auf. Robby hat mir was geschickt. Ich glaube, ein Thema, das ihm relativ wichtig ist, was im Entferntesten wieder mit, ja, ich sag mal, einer Wetterkatastrophe zu tun hat. Wenn ich es richtig gelesen habe, der Mississippi hat einen geringen Wasserstand und dadurch fließt Salzwasser aus dem Golf von Mexiko, den Fluss, äh, hinauf. Und dadurch wird das Trinkwasser weniger trinkbar und die Behörden warnen, dass in dem, und jetzt entschuldige ich mich, wenn ich es falsch ausspreche, äh, Stadt, Dorf, äh, Bälle, Schasse in Louisiana möglicherweise Probleme bei dem Trinkwasser aus diesem Grunde auftauchen. Ähm, äh, um den 3. Oktober herum. Und, äh, wenn man den Fluss weiter nach oben hinauf geht, kommt, äh, New Orleans, Louisiana. Und das ist dann schon eine Großstadt mit 380.000, äh, Einwohnern ungefähr. Und die Behörden rufen auf, Wasser zu sparen. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das absolut gar kein Grund ist, die Politik zu ändern. Nee, auf keinen Fall. Und weil es jetzt so plötzlich ist, weißt du, so über Nacht so eine Klimakatastrophe hierher kommt, also, was soll das, frage ich mich immer. Ja, in der Manglung von Regen, by the way. Aber was, was soll ein Niedrigwasserstand sonst bedingen? Ja, ich wollte nur alle Facts nennen. Ich lese auch gerade, Dürre in den USA, Amerikas Flüsse trocknen aus und bedrohen Lieferketten und Tourismus. Ja, wenn es dem Geld schlecht geht, dann ist es scheiße, ne? Ja, Mist. Das ist ja das, was hochgehen soll. Ja, das Geld, meinst du. Nicht der Fluss. Ja, der Fluss wäre natürlich auch gut, wenn der hochgeht, weil da können ja Schiffe drauf fahren. Wir hatten es ja, glaube ich, letztes Jahr, dass da wirklich auch in Betracht gezogen wurde, irgendwelche Schiffsfurchen tiefer zu ziehen, weil die Flüsse so fucking ausgetrocknet waren, gut. Dieses Jahr hatten wir dann in Europa ein bisschen mehr Glück. Ich hatte den Eindruck, dass wir einen relativ feuchten Sommer hatten, auch Frühling und jetzt auch Herbst. Bedauerlicherweise gibt es offenbar jetzt auch wieder Insekten, also wo ich gerade schlafe, jede Nacht in etwa irgendwie eine Mücke, die uns übelst auf den Sack geht. Aber das ist ja eine gute Nachricht. Bei uns gar nicht. Bei uns im Schlafzimmer gar keine Mückenprobleme. Ich bin auch völlig überrascht. Ja, ich hatte es halt auch jahrelang nicht mehr, aber nur ist es so. Also in der Wohnung davor schon. Ich bin jetzt 2020 nochmal umgezogen. In deiner Wohnung hatte ich öfter mal Mücken, trotz Insektennetz, da kamen die irgendwo anders her. Aber jetzt hier in der neuen Wohnung sind wir von Mücken echt verschont. Seit drei Jahren jetzt, dreieinhalb Jahren. Das ist ein Grund zur Freude. Was ist noch ein Grund zur Freude? Geld soll hochgehen, haben wir diskutiert. Ja. Ich habe hier eine Uplifting News, die das BEP upliftet, nämlich um 6% in Brandenburg. Weißt du warum? Das Bruttoinlandsprodukt? Mhm. In Brandenburg. Ja. Äh, keine Ahnung. Wegen Tesla. Tatsächlich. Ich habe, richtig, ich habe gerade Wirtschafts-News gelesen und durch die Ansiedlung des Tesla-Werks in, äh, Grünheide, äh, stieg seit Januar bis Juli das Bruttoinlandprodukt von, äh, um etwa 6%. Also 88,8 Milliarden Euro, lese ich gerade hier. Das ist viel Geld. Ah, du bist natürlich leid. Ja, wenn die das nicht alle mir geben könnten, ne? Aber nein, die geben das wieder nur für Scheiße aus. Ja, wenigstens eine, weißt du? Noch eine Milliarde mal verteilen irgendwann die Leute. Mhm. So zufällig. Aber dann schreien sicherlich wieder alle, oh, BGE, das ist ja, äh, links, versüfft. Ja, wie es halt so ist. Umverteiler. Ja, also... Ich freue mich über Brandenburg. Also ich bin, ich finde es schön, dass die jetzt Geld machen. Ja, was auf der anderen Seite, ich habe vor, vor Jahren gab es ja diese Geschichte, dass, äh, wenn ich mich nicht täusche, es war, ich glaube es war Rheinland-Pfalz, war es Rheinland-Pfalz, wo, wo Biontech ansässig ist? Äh, kann sein. Das hat ja damals auch dadurch, dadurch, äh, vom, von, ähm, wenn man jetzt hinsichtlich des Länderfinanzausgleichs vom Nehmer zum Geberland wurde. Jetzt ist es im Übrigen wieder bei minus 5,4% Wachstum seit dieser von mir genannten Spanne. Ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich kein sehr, sehr langfristiger Finanzerfolg gewesen, diese Impfgeschichten. Aber die nächste Pandemie kommt bestimmt. Davon gehe ich aus. Wenn du nichts zu dem Thema hast, habe ich eine 1a-Überleitung. Ja, mach mal. Nämlich, der Elon, der, ähm, macht auch Geld hoch, möglicherweise, aber er hebt dadurch nicht, äh, er macht dadurch nicht ein Bundesland besser, sondern eine Plattform schlechter. Boah, ist das eine geschmeidige Überleitung. Richtig gut. Nämlich hat vor drei Tagen, äh, wurde, wurde in Betracht gezogen, Twitter vielleicht kostenpflichtig zu machen. Boah, Entschuldigung, nochmal, X kostenlos, äh, kostenpflichtig zu machen. Deadnaming hier betrieben, ey, furchtbar. Ist, ist tut mir leid. Ich, wenn man es bereut, ist das Deadnaming nicht so schlimm, wenn man es ehrlich bereut. Stimmt. Nämlich, um, äh, Bot-Netzwerke oder Bot-Armeen auszugrenzen. Was hältst du von dieser großartigen Idee und wirst du X danach genauso intensiv nutzen wie jetzt? Na, ich bin ja schon mal drin, einmal im Monat oder so. Und guck mal, was so passiert ist, weil ich heute manchmal nur welchen, ähm, Tweets erwähnt. Ähm, naja, also ich hab jetzt schon überlegt, mein Account einfach zu löschen, weil ich da endlich so aktiv bin. Und ich meine, wenn jetzt, ähm, der, der Elon Musk jetzt X völlig einstampfen will, soll halt diese kostenwichtige Nutzung einführen. Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Ich hab Facebook, ich hab Instagram, ich bin zufrieden. Okay. Das, das hört der Elon nicht so gern. Du hast ja nur die Plattform von diesem einen Bulli, der ihn verprügeln will. Ja, aber es ist kostenlos. Oh, es ist kostenlos. Ja, es war, wie gesagt, nur eine Inbetrachtziehung. Aber ich werde danach X selbstverständlich genauso nutzen wie vorher, denn ich hab meinen Account schon vor zwei Jahren, glaub ich, gelöscht. Also mir tut das gar nichts, das ist völlig in Ordnung. Ich hab nur behalten, weil ich mein Händel behalten wollte. Das da war? Äh, einfach Tino Ranacher, mein Name. Oh. Ich dachte, jetzt kommt ihm was Geiles. Ich mein, Tino Ranacher ist was Geiles, aber. Ja, ja, hallo. Ja, das ist ja wohl logisch, ne. Aber danach würde ich's, glaub ich, endgültig beerdigen. Also ich glaub, dann wird's nur noch so ein Spartending sein für Leute, die ihn übelst geil finden. Aber so reguläre Leute werden danach X, ja. Denk ich mal, nicht mehr, nicht mehr anschauen. Aber ich dachte, X ist gar nicht der Name, sondern Twitter ist immer noch der richtige Name. Nur X ist das Logo, dachte ich. Dann lieg ich falsch. Äh, nee. Nee, 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 wenn, wenn, wenn der, wenn Posts zum Beispiel aus dieser Plattform zitiert werden, steht da ganz, ganz oft X ehemals Twitter. Ich glaube, das ist jetzt eine komplette Umbenennung. Hm, okay. Ja gut, hier steht auch ehemals Twitter Inc. Jetzt ist es X-Corp. Okay, kann sein. Gut, da hab ich mich geirrt. Ja. Ich hab noch ein ganz lustiges Video gesehen. Ich glaub, das war heute Morgen. Da war der irgendwie beim Erdogan mit seinem Sohn, der irgendwie auch X heißt. Und die hatten da so ein ganz, ganz weirdes Gespräch miteinander, wo der dann meinte, ja, wo ist denn eigentlich deine Frau? Und Elon meinte, ja, meine Frau ist denn sonst wo in den USA, aber die ist irgendwie, sind auch getrennt und dann will der Erdogan dem Kind irgendwie einen Ball geben und das sagt die ganze Zeit X zu dem und das klingt irgendwie total bescheuert. Kann ich dir gerne im Anschluss auch mal zeigen, das hab ich heute Morgen aufgeschnappt. Gab's nicht auch eine Band, die irgendwie X heißt und weswegen X wohl in Japan nicht so heißen darf? Eine irgendeine Band, Alter. Ich dachte, X, Japan, Twitter. Ich kann ja mal ganz kurz den Real-Life-Fakten-Check machen. Mach mal Real-Life-Fakten-Check. Genau, Stopp von Twitter-Unbenennung in Japan. Rock Band X geht magenrechtlich gegen X Twitter vor. Mhm. Dann frage ich mich auf der anderen Seite, ob schon alle Buchstaben weg sind, ob es für jeden Buchstaben schon eine Band gibt in Japan und ob man überhaupt noch imstande ist, irgendwas einbuchstabig zu benennen. Na gut, man muss dazu sagen, Japan hat natürlich mehr als 25, 26 Zeichen. Mhm. Mhm, stimmt. Auf der anderen Seite kann Elon das schlecht irgendwie, was gibt's denn für Buchstaben im japanischen, ja, irgendwie sowas nennen. Ich hab da keine Ahnung von. Aber ich fand's witzig, dass die Ärzte damals sich nur die Ärzte genannt haben, weil es auch keine Band mit E gab und damit sie bei so Plattenläden ganz vorne stehen. Ich glaube, das ist genauso wie jede andere Begründung des Bandnamens eine Urban Legend. Und es gab noch was anderes, was sie gesagt haben, weil es gab so viele Bands, die The Doctors of Dies, The Doctors of Das heißen und sich deshalb die Ärzte genannt haben. Ich glaub, die meinten auch irgendwann mal, die wissen es selbst gar nicht mehr so genau, warum die sich so genannt haben. Ja, kann ich verstehen. In dem Alter. Ja. Ich weiß auch nicht, warum wir uns Brennpunkt Internet genannt haben. Aber apropos Alter, wir haben wieder jemanden für den Brennpunkt-Nekrolog, denn der, ich weiß nicht, ob er Schlager gemacht hat, aber der Sänger Roger Whittaker ist gestorben. Nicht Roger Whittaker. Ja, der ist bekannt für seinen großen Hit Albany. Wie lieb'n der? Albany, in deinen Mauern war ich ein Zuhause. Irgendwie sowas in der Art, auch lange nicht mehr gehört. Und ich hab' auch an den gedacht vor ein paar Tagen. Verrückt. Vor ein, zwei Wochen und dachte, was macht denn der jetzt? Wohl, ist er ja nicht auch schon tot. Da hab' ich am nächsten Tag auf Facebook gelesen, dass er wohl im Krankenhaus liegt. Und jetzt ist er gestorben, äh, am, ich glaub, am 19., nee, am 13. September ist er schon gestorben, aber es wurde erst, ähm, erst viel später bekannt. Und die haben mit 87 Jahren im Krankenhaus gestorben. Du hast ihn tot gedacht. Ich hab' ihn tot gedacht. Hättest du nicht an ihn gedacht, würde er noch leben? Das kann sein, tut mir leid. Aber ich finde, 87 ist ein Alter, das ist okay zum Sterben so. Selbstverständlich. Aber, äh, ich, ich hab' ihn auch in Erinnerung aus diesen alten Teleshopping-Werbeclips, die es immer gab, so Best of Watcher Whittaker und so, da haben sie seine besten Songs immer angespielt, zwischendurch kommentiert, ein Ausnahmetalent aus Großbritannien, Watcher Whittaker und dann haben sie Albany angespielt und so. Ein ganz großer, der meine Kindheit geprägt hat, wie... Moment. Keine Ahnung. Und das hast du dann geguckt, oder was? Ich hab' das voll gemocht, ja, so Teleshopping, von wegen so Kelly Family oder so Best of 70er-Jahre, da haben die immer so in Dauerschleife irgendwie diese Best-of-CDs da verkauft, da haben die immer diese Songs angespielt. Fand ich voll nice. Okay, können wir mal bitte ganz kurz in die Kommentare kurz, äh, ich würde ganz kurz mal wirklich, also von den Zuhörern kurz so, ist das, macht man das? Also ich dachte, das schalte man immer weg. Ich bin auf ein Dorf groß geworden, ey, ich hätte nichts anderes. Ach, da kam nur das, also. Wir hatten nur einen. ARD war so kriselig und genau das war halt grad scharf, ne, als man mit Antenne geguckt hat. Ja, wir hatten nur Arte und Teleshopping. Es war ja nicht so dieses Ding von wegen, kaufen sie jetzt Diamanten im Wert von 1000 Euro, sondern es war halt einfach so Werbesendungen einfach, die sich um diese CDs treten und da haben irgendwelche schlecht synchronisierten Leute irgendwelche CDs verkauft, so besser auf 70er Jahre und so, haben da irgendwelche Songs angespielt. Das fand ich immer ganz witzig. Okay. War mein Ding als Teenager. Ich mein, ich hab früher auch gern, ach, wie hieß er noch, äh, ja, diesen neuen Live-Dude geguckt, der da irgendwie rumhampelte, das hab ich immer mal gern geguckt, wenn er da so durchdrehte. Ach, jetzt ist mir sein Name entfallen. Da gab's ja einige, ja. Ja, der ist, hampelt doch immer auf der Gamescom rum, wie heißt er denn nur? Ach ja, Dings hier, der Habicht, ja, der hab ich mal geguckt. Ach so, ja. Ja, aber das ist, glaub ich, auch so ein Sparten. Max Schradin. Max Schradin. Der hat mich, Mutti hat mich auch immer ausgeschimpft, weil ich meinte, Alter, guck dir doch nicht diese Scheiße an, das ist doch total erotzt. Ja, gut, ehrlich gesagt, auf den anderen Sendern lief auch nicht viel mehr Besseres oder Schlechtes. Aber, Moment mal, du hattest doch auch Sturm der Liebe geguckt, oder? Äh, ja, ja, stimmt. Da war, da war ich immer zu angehalten, das lief ja immer 15.10.00 bis 16.00 Uhr, ne? Ja. Bei meiner Oma hab ich immer mitgeguckt und ich fand das immer so ein bisschen doof, bis ich's dann irgendwann selbst spannend fand. Und das war mir dann richtig unangenehm, weil dann gab's dann irgendwie so eine Folge, wo dann wieder die 500. Entführung war. Und da wurde die, es war damals noch die erste Entführung, die hieß irgendwie Laura. Und die Helen hat die entführt, weil die Helen hat ein Kind mit dem Alexander gehabt, aber das Kind hat die verloren. Jetzt hat der Alexander aber mit der Laura ein Kind. Und die Helen ist aber Psycho und denkt, dass die Laura der Helen das Kind weggenommen hat und deshalb hat die die entführt und in so einen Keller gesperrt und die muss dann das Kind kriegen und dann nimmt die Helen das Kind und haut halt irgendwie ab, ne? Das war der Plan. Und dann wurde so angeteast, ja, jetzt kommt die große Rettung in der nächsten Folge. Aber am nächsten Tag hatte ich halt einen Kumpel zu Hause. Oh nein. Ich dachte so, scheiße, ich kann doch das jetzt nicht gucken. Ja, fuck, es ist verloren. Und da war meine Mutti ganz gewitzt. Dann kam die irgendwie kurz vor drei rein und meinte, ah, deine Oma, die hat irgendwie keine Zeit. Die kann die Folge nicht gucken. Kannst du die vielleicht gucken und Oma dann erzählen, was passiert ist? Und dann konnte ich die halt doch so gucken. Total, total witzig. Ich finde, man braucht keine Ausrede, um Sturm der Liebe zu gucken. Ja, wenn man groß ist und ein bisschen Selbstwertgefühl hat oder Selbstvertrauen hat, dann ist das die eine Sache. Aber ich war da irgendwie zehn, elf oder so. Und das kann man einfach nicht gut, nicht gut vermitteln. Oh, ich sehe gerade, dass die Sonnenbichler sich getrennt haben. Nee. Die waren doch die einzige Konstante. Dachte ich auch immer. Scheiße. Die waren immer so dieses seichte Gewässer in all dem Drama. Die immer so kleine, kleine Krisen hatten. Das ist ja fürchterlich. Liebes aus bei Sturm der Liebe. Seit wann sind die Sonnenbichlers auseinander? Ich lese gerade. Nach Alphons verlässt auch Hildegard den Fürstenhof. Ach, die haben sogar aufgehört. Schon vor drei Jahren. Ei, ei, ei. Scheiße. Könnte es sein, dass wir ein bisschen hinterher sind. Also du auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe aufgehört zu gucken. Das war 2017 oder so, als meine Oma dann gestorben war. Podcast Interbrennen. Hier habt ihr es zuletzt gehört. Das ist gut. Ich habe dann nicht mehr geschaut, dass meine Oma dann gestorben war. Weil dann hatte ich keinen Grund mehr. Ach, schade. Nein, aber da haben wir jetzt bestimmt irgendeinen Ersatz, der es nicht wert ist. Aber ich frage mich, ob noch Leute von der ersten Folge da sind. Ja, vielleicht machen wir mal wieder einen Marathon oder so. Ja, das ist ein Livestream. Auf Twitch wäre auch witzig. Da setzen wir uns mal hin und gucken schön im öffentlich-rechtlichen Sturm der Liebe die neuesten Folgen. Und dann regen wir uns darüber auf, dass das andere Leute sind und früher war viel besser. Ja, das ist eine gute Idee. Bei welchem Thema wir noch etwas hinterher sind. Ich habe gesehen, ich glaube, es war der 8. September. Das ist eine Internet-News. Wir haben ja so viel Real-News, aber es ist ja der Interbrennen. Ein kleiner 14-jähriger Junge ist gestorben aus Massachusetts, weil er aufgrund eines TikTok-Trends eine Hot-Chip-Challenge gemacht hat. Das heißt, was für ein Vollidiot. Was ist das? Ja, man frisst einen Chip, der im Übrigen, also du kaufst so eine Packung, da ist ein Chip drin für 10 Euro. Und auf den ist so ein super scharfes Zeug drauf. Das hat ganz vieles Scoville. Ja, ich sehe es gerade hier. Das sieht so aus wie so ein Sarg in die Verpackung. Krass. Und er hat den wohl irgendwie gefressen und ist kurz darauf gestorben. Und ich denke, Darwin wirkt. Insbesondere bei TikTok, wir erleben es immer wieder. Und ich finde, das ist eine Meldung wert gewesen. Ich wurde darauf aufmerksam, weil Herr Solmecke ein Video darüber gemacht hat, wer jetzt schuldig ist und wer nicht. Aber ich habe es nicht zu Ende geguckt. Ich würde ganz gerne wissen, wer da verhaften muss tatsächlich. Weil ich würde gerne wissen, muss die Firma draufschreiben, irgendwie ab 18 oder so. Oder Vorsicht, es dürfen nur Menschen essen, die irgendwie das aushalten. Soweit ich weiß, sind die ab 18. So, ich gucke einfach an. Weil was ist das? Das kannst du ja auf alles draufschreiben. Bitte essen Sie das nur, wenn Sie das aushalten. Okay. Wir können jetzt, glaube ich, alles produzieren. Hände reingewaschen. Hier steht es gerade. Laut Google habe ich gefunden. FSK 18. Der Hotchip ist nicht für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen geeignet. Und stillende Männer und schwangere Männer? Ah, da kennst du diesen scheiß Hotchip. Die können den Hotchip dann wahrscheinlich essen. Weil Männer haben ja ab dem Moment, wo sie entdecken, dass sie Männer sind, einen natürlichen Schutzschild zwischen ihrer Speisräure und der Milchproduktion. Und da ist das kein Problem. Eieiei. Ich lese gerade die Meldung. Es ist einig, wo ein Krankenhaus gelandet sind. Und dann auch in Deutschland und der Schweiz gibt es einige, auch Grundschüler und so, die haben das gegessen und sind im Krankenhaus gelandet. Blöd. Ja, man sagt immer, die Doofheit stirbt nicht aus, aber ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg. Also man ist irgendwann an einem Punkt, glaube ich, wo es nicht mehr dümmer geht, weil man dann vor Dummheit stirbt. Nee, es gibt doch immer Nachschub. Immer Nachwuchs an dummen Leuten. Die sterben nicht aus. Ja gut, es ist natürlich die Frage, wie vererbbar ist Dummheit. Wenn es nicht vererbbar ist, hast du recht. Wenn es vererbbar ist, ich meine, der 14-Jährige hat sich sicherlich noch nicht fortgepflanzt. Weißt du es? Ich denke mal. Aber wenn er Geschwister hat? Man weiß es nicht. Aber sehr tragische Geschichte. Liebe Leute, es bitte keine Sachen, die so scharf sind. Das ist so traurig. Ich habe hier richtig geweint vor dem Computer, als ich das gelesen habe. Ja, liebe Leute, bitte macht nichts, was euch killt. Bitte macht einfach nichts, was euch enorme Schmerzen zufügt. Aber wer muss einem das erklären, ne? Nur essen, wenn ihr es aushaltet. Ja. Wer es auch nicht mehr lange aushält, ist Heino. Denn der hat jetzt einen Shitstorm abbekommen. Hast du es mitbekommen? Nee, warte, vielleicht auch doch. Erzähl mal. Heino hat sich im Fernsehen, im Frühstücksfernsehen genauer gesagt, über das Cendern aufgeregt. Boah, wie kreativ, ey. Das ist ja mal ein richtig neues Thema. Er hat gesagt, man hat den Leuten die Gendern ins Gehirn geschissen. Oh nein, oh nein. Ja, also er ist jetzt gecancelt. Und alle auf Twitter so, was? Gendern ist voll wichtig. Und dann alle auf Twitter so, was? Gendern ist voll blöd. Ja, jedenfalls ist für mich jetzt Heino gestorben. Ich habe ihn immer noch verteidigt, weil es cool fand, dass er irgendwelche Metal-Songs und Ballermann-Songs gecovert hat, so in seinem hohen Alter. Aber das geht für mich zu weit. Du willst damit sagen, es ist dir nicht egal? Es ist mir nicht egal, nein. Okay, hat dir jemand ins Gehirn geschissen? Also, jetzt bist du auch gecancelt, also sorry. Okay, dann mach alleine weiter, ciao. Nee, also er darf ja dagegen sein. Er darf ja von mir aus irgendwie gegen Gendern sein. Aber so Sachen sagen wie ins Gehirn geschissen und dann zu wettern dagegen, das finde ich immer so ein bisschen überzogen und unsympathisch. Okay, ja. Das ist meine Meinung. Also, meine Meinung ist jetzt schon seit langer Zeit. Ich meine, wir hatten diesen Gender-Podcast, da habe ich, glaube ich, alles rausgelassen. Man kennt meine Position dazu. Jetzt ist es mir egal. Jetzt ist mir beides egal. Also, wenn jetzt irgendein Politiker wieder sich gendern als politisches Thema auf die Fahne schreibt und sagt, boah, das ist wegen unserer Freiheit, ist das, und dann kriegt das wieder viel zu viel Aufmerksamkeit oder wenn es halt jemand über durchschnittlich viel macht und dann so eine Scheiße wie Mitgliederinnenschaft rauskommt, ist mir beides inzwischen Wumpe. Ja, das Ding ist ja, dass ja nicht mal die Gender-Freunde das irgendwie großartig in den Parlamenten verbreiten, sondern es ist ja echt nur die AfD und die CDU, die halt das zum Thema machen in den Parlamenten. Das machen die anderen Parteien überhaupt nicht. Der Gegner des Ganzen. Ja, das findet sich auch ganz ähnliches im Wahlkampf hier Richtung Amerika gesehen. Was habe ich denn das gesehen? Das war eher so, wo die ganze Queer-Geschichte dann so ein politisches Thema gemacht wurde. Ich denke, Alter, in wie viele Leben greift das ein? Es gibt doch wirklich interessantere Themen. Das stimmt leider. So, ich sage jetzt was, das haben schon ganz viele gesagt, solange ich es nicht machen muss, ist mir egal. So, das ist doch die Einigung, die wir erzielen wollen. So, und jetzt geht ihr alle mal schön hin und hört diesen grün-grüneste Entryan-Dude. Wie heißt der nochmal? Heino. Heino, genau, hört den jetzt mal. Wer auch Fans verliert, ist die katholische Kirche. Also ein bisschen, ne? Denn erstmals in der Geschichte hat der ADAC mehr Mitglieder als die katholische Kirche in Deutschland. Ja, gut. Ist das nicht witzig? Das ist nicht witzig, das ist ganz schlimm. Aber die katholische Kirche steht halt auch nicht am Ausgang von Kaufland und labert alle doof voll. Nee, aber die haben halt jahrhundertelang Menschen verbrannt und die gezwungen, irgendwie an den Gott zu glauben. Die haben schon früher Marketing gemacht als der ADAC. Die waren im Mittelalter, glaube ich, nicht so erfolgreich, ADAC. Weißt du, dass der neueste Marketing-Stunt mit kleinen Knabenvögel nicht so gelandet ist, oder was? Nee, das war eine Fehlentscheidung, glaube ich. Ja, passiert. Ja, die kriegen das wieder hin, keine Ahnung. Vielleicht nochmal Katzen verbrennen, keine Ahnung. Also irgendwas, irgendwie kommt die schon wieder hoch. Ja, bestimmt. Also die Kirche hat wohl 20,9 Millionen und der ADAC 21,42 Millionen. Wir reden nur von Deutschland, nehm ich mal an, ne? Äh, ja. Ja, das ist immer noch zu viel. Das ist immer noch viel zu viel. Viel zu viel ADAC, Leute, ja, das stimmt. Durch den ADAC, ja. Was bist du? Ich war auch mal Mitglied beim ADAC. Ich war mal Mitglied in der evangelischen Kirche. Ah, ist beides schlimm. Aber es wurde dann deutlich teurer als der ADAC. Und dann dachte ich mir, nee. Ja, was kosten der ADAC? Ich weiß es gar nicht. AD-AC, AD-AC, kosten. Wie gesagt, geht vor die Tür, geht in irgendeinem Mall oder in irgendein großes Kaufhaus und dann stehen die schon rum und ihr könnt die fragen. Also gut. Stimmt, es sind nur, also, ähm, so 54 Euro im Jahr ungefähr. Nee, das ist Kirche teurer. Also je nachdem, wenn man natürlich gar keine Steuern zahlt, so dann ist es egal. Aber dann ist es for free. Ziemlich schnell teurer. Das stimmt. Ich war im Junior-Club damals, als ich noch ein Kind war, das war, glaube ich, auch noch kostenfrei. Aber als ich dann erwachsen wurde und zahlen musste, habe ich dann gesagt, nee, ich gehe raus, ich will eh kein Auto fahren. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe lieber in die Kirche. Also das Ding mit dem Junior-Club, denke ich mir, ist der AD-AC nicht so eine Art Automobil-Club, wo ich denke, man braucht ein Automobil, um das nutzen zu können. Was hast du in diesem Jugend-Club gemacht? Na, mein Vater war halt drin und der ist ja ein großes Autofahrer gewesen, einfach beruflich. Und da durften Kinder wohl mit rein in diesen Tarif. Da haben wir halt so Magazine bekommen und kleine Geschenke und so. Okay, also schon früh, früh rangezüchtet. Ja, nicht mal das kriegt die katholische Kirche hin. Aber hat nicht gewirkt bei mir. Also ich bin ja jetzt kein Autofan geworden durch den AD-AC. Und hattest du in der Familie Katholiken? Nee, wir waren eher evangelisch, aber auch nicht so richtig. Also meine Uroma war wohl zuletzt irgendwie sehr gläubig und dann hat sich das alles so ein bisschen verlaufen in der Familie. Da hat man sich nur noch so aus Traditionen irgendwie, wie heißt das, taufen lassen. Hm, ja. Und ich bin ausgetreten dann. Ja, war bei mir halt genauso. Ja, schade. Wer finanziert jetzt die ganzen Kölner Dome, wenn die alle austreten? Da müssen wir mal wieder hier diese, wie ist das damals, Ablasszahlung? Dass man irgendwie Geld bezahlt, damit man Sünden machen darf. Also diese Vollidioten, die sich immer in die Bahn reindrängen, bevor andere Leute ausgestiegen sind. Ich glaube, die muss man mal zur Kasse beten. Oh, das wäre gut. Ne? Vollidioten. Aber die Kirche hat genug Geld, glaube ich. Die sind jetzt nicht so traurig um ihre Leute. Ja, noch, 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 noch. Das wird ja alles dann jetzt weniger. Ich meine, die, die jetzt noch zahlen, die sind ja jetzt auch die in der Rente und dann sterben die und es kommt keiner Neuen nach. Was auch weniger wird, sind Männer im indischen Parlament. Denn es gab jetzt eine Reform, die bald in Kraft tritt, über eine Frauenquote. Es wurde einstimmig in Indien im Parlament eine Frauenquote bestimmt. Und die war einstimmig, tatsächlich. Von Männern wurde das bestimmt. Ja, also von allen. Also es gibt ja auch Frauen im Parlament, soweit ich weiß. Und die haben alle, also alle Menschen haben für eine Frauenquote gestimmt. Okay, wie sieht die aus? Das ist eine sehr gute Frage, also werde ich nicht recherchiert. Oh, danke. Also wenn das so ist, es müssen mindestens ein Prozent Frauen sein. Finde ich auf den ersten Blick gerade nicht. Aber ich finde es ganz spannend, dass es einstimmig war. Also ich hätte gedacht, dass die zumindest so einen kleinen Anteil haben von Leuten, die das nicht gut finden. Ich habe halt von indischer Politik ja so mal gar keine Ahnung. Also Indien hat offenbar ein Parlament. Stimmt. Das weiß ich jetzt. Aber was da wieder, wo da was da ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es viele sind. Ein Drittel soll an Frauen besetzt werden. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also es ist eigentlich so ein Zwangs-Fifty-Fifty machen. Warum nicht? Aber es ist halt auch Indien. Also dann ist es mir nochmal, warum nicht? Cool. Premierminister Narendra Modi hat dazu gesagt, es ist ein entscheidender Moment auf demokratischer Reise. Das ist so fortschrittig, das wusste ich gar nicht. Das war jetzt auch gerade so mein Gedanke. Also offenbar ist es schon ganz schön nachgezogen. Also Indien war ja lange so ein bisschen belächelt hinterher und bla. Aber offenbar sind die jetzt auch schon zumindest in der Hinsicht. Die denken wohl schon seit 1996 nach über eine Frauenquote, wurde die wohl schon vorgeschlagen, aber abgelehnt von konservativen Abgeordneten. Und jetzt offensichtlich, also jetzt schon gibt es 13% Frauen, jetzt sollen es wohl 30% werden. Also das finde ich gut. Immerhin. Wenn Indien jetzt nochmal anderen Themen nachzieht, dann richtig gut. Meines Erachtens sind ja bei dieser ganzen Russland-Geschichte nicht ganz so abgegrenzt wie jetzt die Europäer und so weiter. Da geht es sicherlich noch mehr. Stimmt. Aber wir erreichen den ersten Schritt. Wir haben eine Frauenquote im indischen Parlament, denke ich mal, Bund. Wie sagt ihr das? Was ist das für ein Parlament? Also ein Parlament von ganz Indien. Ja, aber ich weiß noch gar nicht, wie Sie das so klären wollen. Ich meine, bei uns in Deutschland wäre ja so eine Quote schwer umsetzbar, einfach aufgrund, weil wir ja einfach ein passives Wahlrecht für alle haben und die Menschen ja gewählt werden. Ich meine, die AfD rät sich immer darüber auf, dass bei den Grünen so viele Studienabbrecher wären und die hätten nichts verloren im Bundestag, obwohl ja einfach jeder Mensch gewählt werden darf, egal was für einen Abschluss er oder sie hat. Und jetzt frage ich mich gerade, wie man eine Frauenquote umsetzen könnte. Ich glaube, die Grünen haben ja tatsächlich so eine, dass sie ihre Listen zumindest aufstellen, paritätisch. Aber trotzdem kannst du dann keine ganze Quote im ganzen Parlament, glaube ich, damit erreichen, weil du ja auch die Erststimmen noch hast und die musst du auch irgendwie dann besetzen, paritätisch. Das war, glaube ich, sehr schwierig. Ja, wenn man eine Quote macht, dann halt genau auf diesen Listen. Wenn man es macht, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ich werfe mal Frau Baerbock in den Ring. Spaß, Spaß. Aber ich sage mal dazu, also als ich noch bei die Partei war und ich Listen aufgestellt habe mit, da hätten wir gar keine Listen aufstellen können, paritätisch, weil wir einfach kaum Frauen hatten oder flinter Personen hatten. Wir waren halt vielleicht, weiß nicht, in Weimar war mein Verband so zehn Menschen groß und vielleicht ein bis zwei Frauen maximal. Also es ist auch immer rotiert, aber mehr hatten wir einfach nicht. Und wir haben auch versucht, die anzuwerben. Aber es war einfach ganz schwer. Das kann auch schon auch Nachteile bringen. Da sprichst du ein interessantes Thema an. Deshalb ist auch Quote, sage ich mal, im Job oder in Firmen auch schwer umzusetzen, wenn man sich gerade mal diese ganzen Sachen an, die halt tendenziell männlich besetzt sind. Ich kenne übelste Cracks, die Informatik programmieren und so weiter, die weiblich sind. Aber es sind halt zahlenmäßig einfach deutlich weniger. Nein, man kann ja auch sagen, die Quote greift nur dann oder man muss die Quote nur dann erfüllen, wenn es auch entsprechende Bewerbungen gibt für eine Stelle. Gerade wenn du jetzt sprichst von Informatikerinnen und so was. Wenn jetzt hier nur Männer bewerben für eine Stelle oder irgendwie nur eine Frau und die ist halt irgendwie nicht so gut für den Job geeignet, dass man sagen kann, okay, da muss man nicht auf die Quote achten. Wenn es irgendwie, wenn es die Möglichkeit gäbe, mehr Frauen einzustellen und die Bewerbungen und die Interessenten da sind, dann kann man vielleicht sagen, okay, wir berufen sie jetzt mal auf die Quote und bevorzugen eher die Frauen. Ja, ich glaube, das kann man hacken. Als wenn jetzt der Arbeitgeber aus welchem Grund auch immer ein Interesse daran hätte, ich glaube, die meisten haben das nicht, nur Männer einzustellen, könnten die dann sicherlich auch ein Bewerbungsverfahren so umstellen, dass sie die tendenziellen Männer ansprechen und so. Klar, aber ich glaube, gerade die Unternehmen in den fortschrittlicheren Branchen, die freuen sich auch über Frauen, wenn sie eine Männerdomäne sind. Wie gesagt, ich sehe es in der Informatik, ich kriege immer wieder Mails rein für irgendwelche Stipendien nur für Frauen und so. Also ich glaube, das Interesse, dass da mehr weibliche Menschen reinkommen, ist schon da. Machen muss man es nur irgendwie. Also ich weiß nicht, wie du das findest, wenn es Stipendien nur für Frauen gibt. Ist eine interessante Frage. Wie findest du das eigentlich? Das finde ich sehr gut, weil ich finde, dass Frauen und auch Flinderpersonen durchaus in vielen Branchen Probleme haben, an Jobs und an Geld zu kommen, auch an Stipendien zu kommen und so weiter. Deswegen, ich finde immer, dass man Personen, Gruppen, die halt marginalisiert sind, dass die durchaus ein Recht darauf haben, auch bevorzugt zu werden. Das ist ja auch im Grundgesetz so, man darf ja zum Beispiel niemanden bevorzugen oder benachteiligen, außer Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, die davon bevorzugen. Und das hat ja auch irgendwo einen Grund. Und da spricht ja auch kein Nachteil dagegen. Und gerade wie du jetzt sagst, wenn in der Informatik so wenig Frauen einfach sind und sie sich nicht bewerben oder sich nicht dafür melden, dann können solche Stipendien dafür sorgen, dass sich eben doch mehr Frauen vielleicht dann finden dafür. Das hat schon seinen Sinn. Ich glaube nicht, dass da jetzt männerkursartig benachteiligt werden, weil es ja trotzdem noch genug Stipendien gibt. Nun, ich sag mal so, ich war mal Spiependant für zwei Semester. Tatsächlich war so eine Mädel dabei, die meinte einfach nur, Alter, es ist so geil, ich kriege ohne Problem Stipendien. Und es war so ein One-in-a-Million-Ding. Ich habe keins mehr bekommen und ich kriege wahrscheinlich auch nie wieder eins, insbesondere weil ich nicht mehr studiere. Und ich denke, boah, ist das wirklich so gerecht? Ich meine, ich gönne es denen. Aber es ist im Endeffekt schon so, ich weiß nicht, ob es wirklich der Grund ist, warum, also Frauen kommen ja nicht weniger in Informatik, weil die irgendwie marginalisiert werden. Die werden mit offenen Armen empfangen. Die haben genau aus diesen Gründen halt voll die Vorteile. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist ja so ein bisschen, also ich bin davon ja nicht betroffen. Ich weiß nicht, wie das ist, aber ich höre schon von manchen weiblichen Personen, auch von Flinterpersonen, die halt in typischen, in Anführungsstrichen, Männerberufen sind, die eben doch sagen, dass sie es schwer haben. Auch wenn die mit offenen Armen empfangen werden, was vielleicht auf manche so wirkt, kann es trotzdem sehr schwer sein, sich da durchzusetzen. Ja, durchsetzen, aber man setzt sich ja nicht mehr durch, wenn man ein Stipendium kriegt, das die Kerle nicht kriegen. Weiß ich nicht. Also ich stecke da nicht so tief drin. Ich weiß nicht, wie es in der Informatikarte ist, aber ich glaube, dass diese Stipendien wahrscheinlich schon dafür sorgen sollen, dass halt mehr weibliche Personen sich für so ein Studium entscheiden. Das kann ich mir zumindest so vorstellen. Zur Förderung des Ganzen. Ja, aber allgemein, dass ich mir vorstellen kann, dass Frauen allein biologisch wegen ihrer weniger krassen Stimme, ich sage ja in einer großen Runde, vielleicht Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen. Da fühle ich dich sicherlich bei. Da muss man ein bisschen aufmerksam sein. Aber das kann, glaube ich, viele Faktoren haben. Nicht nur die Stimme, das ist, glaube ich, auch einfach die Sozialisation. Dass ja viele Mädchen immer so erzogen werden, vor allem, sie müssen eleganz sein, sich zurückhalten, sie müssen ihre Emotionen im Griff behalten. Und das ist ja bei Männern, also Jungs werden nochmal anders großgezogen einfach. Also es ist sehr vielschichtig und so weiter. Aber kurz gesagt, ich glaube, dass solche Stipendien schon Sinn machen. Okay. Hast du noch News für mich, für uns? Für die Community. Ich habe noch News bezüglich, ach genau, das Brandenburger Tor wurde beschmiert. Das war eine ganz große News. Die letzte Generation hat unter dem Motto, weg von fossil hin zu gerecht, das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. In Orange und Gelb. Also mehr so Orange und Rot eigentlich. Also nicht mal was Schönes gemalt? Nö, einfach beschmiert. Einfach so vollgespritzt, wie immer. Schade. Ja, fuck, das geht gar nicht leicht runter. Finde ich eine dumme Aktion, trifft wieder die falschen. Was war denn an den Düsenjets falsch? Das war doch gut. Das sehe ich genauso. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Farbe benutzt habe. Ich glaube, es war Orange. Nee, ich meine jetzt so abwaschbare Farbe oder auch nicht. Na, wenn das so ein Zeugs ist, was du auch in Sprühdosen drin hast. Ich weiß nicht, was ist das Brandenburger? Das ist so ein Sandstein, oder nicht? Ja, aber es war keine Sprühdosen. Es wirkt eher so wie so Beutel, die sie dran geworfen haben. Okay. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht recherchiert. Das geht dann, wenn dann Ultrascheiße wieder ab. Und die Reaktion wird sein, dass Tourists kommen und sagen, was für eine Scheiße. Da wird keiner kommen und sagen, boah, wir müssen jetzt aber immer auf den Klimaschutz achten. Ja, man kann sich streiten über die Sachen. Ich sehe ja gerade ein Bild von einem letzten Generationsmenschen, der hat eine Feuerlöscher in der Hand, wo orange Farbe rauskommt. Man kann sich streiten, aber wir sollten eigentlich zusammen an einem Strang ziehen. Aber du sagst, es kommt aus dem Feuer. Ja, das tun wir ja noch nicht. Also haben die einfach die Farbe in den Feuerlöscher reingepackt. Auch soll ich öfter mit diesem, wir sollten an einem Strang ziehen, aber das tun wir ja noch nicht. Das ist, glaube ich, das große Ding, weswegen die letzte Generation diese Aktion da macht. Da kommen wir so aber auch nicht hin. Strang ziehen. Das gibt doch genau den Leuten ein Fundament, die wollen, dass das alles diffamiert wird. Die Grünen. Also ich weiß, ich sehe auch bei vielen Kritikpunkten an die letzte Generation auch, also die sehe ich schon so und kann auch nachvollziehen, dass Menschen genervt sind und dass es nicht alles so zielführend sein muss. Aber ich verstehe zumindest, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob wir es hier im Brennpunkt schon mal hatten, aber wenn wir jetzt mal zurückblicken in die Geschichte zu den Frauenrechten, also im Frauenwahlrecht und auch zu den queeren Menschen und so, die haben ja auch nicht ihre Rechte bekommen durch Bodensdiskussionen und Seifenblasen, sondern sie haben ja, es kam durch die Stonewall Riots und es kam durch, dass sie Sachen angezündet haben, sie haben Leute angegriffen, sie haben Sachen beschmiert und waren halt radikal und haben so ihre Ziele durchgesetzt. Also es ist ja nicht mal so, dass irgendwie solche Aktionen nichts bringen, sondern die Geschichte hat ja gezeigt, viele Personen, die marginalisiert sind, wie halt People of Color, Frauen, queere Menschen, die haben in der Vergangenheit durch solche Gewaltaktionen ihre Rechte erkämpft. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, okay. Aber ich frage mich halt, ob wir wirklich den Spotlight auf das Thema noch brauchen, weil ich glaube, dass das Thema da ist, weiß halt inzwischen jeder. Es ist ja nicht mehr so, dass das irgendwie der Klimawandel so ein Spatenthema ist, auf das man aufmerksam machen muss. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass es noch nicht bei allen angekommen ist, wie wichtig das Thema ist. Ich glaube eher, dass, naja, also das Thema schon jeder gehört hat, aber dass die Leute durch Manipulation von Leuten, die da Interesse dran haben, zu den falschen Schlüssen kommen, das ist, glaube ich, viel mehr das Thema. Und diese Leute, die die Bürger manipulieren, weil sie, weiß ich nicht, mehr Öl verkaufen wollen oder das Land destabilisieren wollen, weil sie Russland sind, und dass diese Leute sich doch freuen über irgendwelche, über irgendwelche Leute in ihren Zwanzigern, die das Brandenburger Tor vollmalen, weil sie ja so faul sind und nicht mal arbeiten gehen und blödlödlöd. Das ist doch ratzfatz gemacht, das Argument. Und ich sage mal, ein Großteil glaubt. Sehen wir ja gerade an den Sonntagsfragen. Ich habe ja vor ein paar Tagen oder vor einer Woche das Thema gehabt mit den Aktionen der letzten Generation und so. Und ich weiß nicht, also ich frage mich mal so ein bisschen, was unterstellen einem eigentlich die Gegner von Klimaaktivisten? Also warum sollten die denn dagegen sein, dass die Menschen irgendwie fliegen und Schiff fahren und dass sie halt so machen wie bisher, wenn es nicht schädlich wäre? Ich meine, die letzte Generation hat ja einfach eine Agenda, die eigentlich alle haben sollten. Also ich verstehe nicht, was diese Gegner mal glauben, was die Agenda sein soll. Also was denn das Schlechte daran sein soll. Warum wollen wir denn allen irgendwie ihre Freizeitschiffe wegnehmen und ihre Trittautos und ihre Flugzeuge wegnehmen? Das Argument ist halt ratzfatz gemacht. Die Grünen wollen alles verbieten. Und das ist halt schneller gesagt als widerlegt. Und deshalb ist es instant in den Köpfen von den Leuten, die keinen Bock haben, da lange drüber nachzudenken. Von denn sonst, also was soll man denn noch alles probieren, damit die Leute endlich mal raffen? Dass es eben nicht eine Frage von Meinung ist, ja, ich finde, es wird nicht wärmer, sondern es halt auch einfach ein Fakt ist, dass es wärmer wird, dass wir was tun müssen. Und es wurde jetzt Jahrzehnte, also seit 60 Jahren oder so, weiß man doch mindestens schon, dass wir einen Klimawandel haben und es gewarnt wird. Es gab Zeitungsartikel, es gab Symposien, es gab Bücher, es gab so viele Sachen und keiner hat's gerafft und was soll noch passieren? Äh, weiß ich nicht. Boah, ich wünschte. Ich kann nicht verstehen, dass die letzte Generation da so radikal agiert. Ich wünsche, ich wünsche, ich hätte die perfekte Lösung drauf. Also ich glaube, am besten ist, wenn man irgendwie in die Bubble reinkommt, dieser Leute, die das vielleicht leugnen oder so und guckt, dass man die da wirklich sehr, sehr sanft, dass man deren Horizont erweitert, dass man sagt, okay, guck mal, du hast ja das Argument und dass man nicht sagt, boah, du labest scheiße, dass man sagt, dass das Argument, ja, guck doch mal, das steht mit dem und dem wie der Spruch, äh, gar kein Ding, äh, ich seh das so und so, blablabla. Ganz oft in diesen Diskussionen merke ich, dass zumindest ein bisschen ein Entgegenkommen stattfindet und wenn man das jetzt im großen Stile irgendwie macht, also ganz, ganz viel erklären, weißt du, dass gar nicht diese dummen Fragen kommen wie, äh, was, Klimawandel, ist doch kalt heute, weißt du, das ist halt die schnelle Antwort, ne? Ja, aber das gibt's doch schon, es gibt doch ständig irgendwie Nachrichtensendungen und Veranstaltungen und Demonstrationen zum Thema, wo die Leute rangezogen werden sollen und aufgeklärt werden sollen, aber es nützt ja nichts. Das Problem bei Nachrichten ist, dass das auch ganz schnell dann sagen die, oh, das ist wieder Propaganda, ne? Also die Leute vertrauen ja, diese Leute in dem Babys vertrauen ja den Nachrichten auch nicht. Das hieß, die finden irgendwie eine Ausrede, nicht dran glauben zu müssen, aber dass sie einfach Fakten sind und deswegen, wie gesagt, um es zum letzten Mal zu sagen, ich kann es nachvollziehen, dass die letzte Generation halt so radikal vor sich vorgeht, wenn sie mit allem gescheitert sind, mit allen Dingen, die sie versucht haben, weil es für Future hat nicht funktioniert, ja, diese Schule schwänzen und diese mediale Aufmerksamkeit hat alles nichts gebracht. Ich glaube, weil es für Future hat schon ein bisschen was gebracht. Ich glaube schon. Ja, gut, bei den jungen Leuten stimmt, na klar, das will ich jetzt gar nicht so sagen, aber es hat sich ja nicht so viel, also klar, gut, man kann vielleicht sagen, dass manche Unternehmen jetzt anfangen irgendwie Greenwashing zu betreiben, bis hin zu ein bisschen was zu versuchen. Es gibt ja schon Unternehmen, die halt zumindest Plastik weglasten oder es austauschen und so, das gibt es ja schon, aber es ist halt alles zu langsam. Ja, das ist das Problem, also selbst wenn wir jetzt eine Politik haben, die handelt und damit sich unpopulär macht, im Übrigen, ich glaube, meine Headphones fallen gerade aus, ich höre dich nur noch recht, selbst diese, selbst diese in einigen Augen radikale Politik, Heizungshammer von Habeck, ja, was eine Maßnahme ist, die einfach sein muss, so. Ja. Und selbst das ist zu langsam, Alter, das ist, ich wüsste, ich weiß auch nicht, wo wir da noch hin sollen, so. Vor allem, wo kommen wir hin, wenn sich der Populismus durchsetzt und wir 25 in der Regierung kriegen, die wieder gar nicht mehr handelt, wie die, die wir vorher hatten. Ja, das kann auch passieren. Und ich kann es auch verstehen, so, ich meine, auf der einen Seite versuche ich irgendwie hier sämtliche Dosen, die ich zu Hause habe, auszuwaschen, bevor ich den Gämmen Sack schmeiße und weiß aber eigentlich, dass es einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Also solange irgendwelche Multimilliardäre da ihre Privatjets ständig aufsatteln und rumfliegen, da muss ich nicht jedes Mal die Katzen voller Dose auswaschen, weißt du? Ja, ja, also das Argument wird ja auch schnell gemacht, was ich mache, das wird ja in einem, was ich in einem Jahr mache, wird in einem Tag von einem Milliardär outperformt. Darf man aber immer nicht vergessen, es gibt mehr Leute, die keine Milliardäre sind. Das heißt, wenn jetzt 40 Millionen Haushalt in Deutschland das jetzt alle machen würden, ich denke jetzt eher an eine Maßnahme, die jetzt den Klima mehr nützt, als jetzt eine Dose auszuwaschen, dann würde man ja immer noch die paar Milliardäre, die es gibt, outperformen, auch wenn die viel, viel mehr machen. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, man darf eben nicht aufgeben, das stimmt schon. Es ist alles sehr, sehr ermüden. Was ich nur sagen will, ist, ich kann Menschen verstehen, die da irgendwie sich denken, was soll ich denn jetzt, ich People machen, warum soll ich jetzt meinen Müll trennen, wenn Taylor Swift und Elon Musk halt durch die halbe Welt jetten, so. Ja, ja, schon mal. mit dem Arsch einreißen. Also was man halt machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, dass, ja, wir haben ja schon oft und viel gehört, dass zum Beispiel diese Fleischkonsum-Geschichte ein riesen Problem ist, dass sie durch Flächen verloren gehen, dass natürlich auch die Viecher irgendwie einen Ausschuss haben und so weiter, also es ist ja schon irgendwie Konsens, dass kein Fleisch zu essen ein ziemlich guter Schritt ist. Reicht nicht, wenn ich das mache, weil da wer auch immer sagt, boah, dann esse ich jetzt umso mehr Fleisch, har har har. Aber was ich machen kann, ist zum Beispiel drei oder vier Leuten zu zeigen, boah, hier hast du dieses vegetarische, vegane Gericht und das lecker und dann sagen die vielleicht wieder drei oder vier Leuten, guck mal, so schlecht ist vegan sein gar nicht und ich glaube, dass das einen Rieseneffekt hat. Das sehen wir auch an den Supermarktregalen. Das stimmt. Und da kann sein Milliardär meinetwegen seine zwei Schweine pro Tag essen, dann ist das halt immer noch weniger. Ich finde das wichtig. Das stimmt, es ist ein guter Blick nach vorne. Es ist trotzdem zu langsam. Das ist schon richtig. Deshalb, also ich verstehe natürlich auch, dass die Leute verzweifelt sind und wenigstens irgendwas machen wollen, damit das mal vorangeht, irgendwie Druck machen wollen. Ich bin aber der Ansicht, dass es nicht langfristig gedacht wird. Aber ich komme dir in dem Punkt auf jeden Fall entgegen. Ja, das ist schon richtig. Es wird die Geschichte zeigen, glaube ich, wer am Ende irgendwie, was sich durchsetzt oder auch nicht oder ob der Mensch dazu verdammt ist, einfach die Welt kaputt zu machen und zu zerstören und es eh nichts bringt. Werden wir sehen irgendwann. Ich hoffe, die Geschichte wird es zeigen. Also, was wird passieren, wenn wir die Erde zerstören? Dann gibt es ein Zehntel der Menschen und die blicken dann zurück und sagen, wow, fuck. Also, du hast recht, es ist interessant. Ja, es ist interessant. Auch interessant war Baerbock. Die hat sich jetzt, die hat sich jetzt sehr kritisch geäußert gegenüber China. Und zwar hat sich China Präsident Xi Jinping als Diktator bezeichnet. Das fand ich schon sehr, sehr mutig von ihr. Ich frage mich halt, oh, ist das mutig oder dumm? Ist es schlau? Ist es schlau als Außenministerin, die auch diese diplomatische Vermittlungsaufgabe hat, also vielleicht insbesondere das, sich so zu äußern, sich so entzweiend gegenüber einem Land zu äußern, auf das man vielleicht doch noch einen Einfluss haben könnte? Nun ja, sie hat ja jetzt nicht gesagt irgendwie, hier, China ist eine scheiß Diktatur, fickt euch, sondern sie hat einfach nur in einem Satz, wie ich es gelesen habe zumindest, die Diktaturen aufgezählt, hat er eben China mit reingenommen. Und das fand ich einfach nur eine ehrliche Antwort letztendlich. Klar ist jetzt China irgendwie sauer, dass es irgendwie einer Fonds ist und so, eine Provokation, eine offene und so, stimmt. Aber ich glaube, dass es es auf der Welt braucht. Ich fand es ja spannend, dass die gleichen Menschen, die jetzt Wehrbock dafür verurteilen, dass sie jetzt irgendwie so offen war und so ihre Meinung sagt, sie jetzt verurteilen dafür, dass die Leute Trump dafür gefeiert haben, dass er seinen Maul aufgemacht hat und ehrlich war. Da hieß es immer, ja, der sagt eben, was er denkt, er ist eben ein Macher und so, er druckst nicht rum. Er ist eben nicht wie der Politiker und lügt darum, sondern er sagt eben, was er denkt. Bei Baerbock ist das ein Riesenproblem. Das finde ich halt wieder sehr spannend, dass man so mit zweierlei Maß misst. Ja, das ist schon richtig, aber ich glaube, so ein Präsident der USA ist in einer anderen Position als eine Außenministerin von so einem kleinen Deutschland, wo China seinen Kippenstummel daraus ausdruckt, wenn die da irgendwie Bock drauf haben. Ich weiß nicht. Ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Ob China so viel Macht über Deutschland hat, weiß ich nicht. Nee, natürlich nicht. Da können wir auch NATO und so weiter, aber die Frage ist, haben wir diese Macht auf China? Wenn wir die wirtschaftlich sanktionieren, das sehen wir ja, da lachen die sich halt irgendwie halb tot und wir sind die Gelackmeierten, weil wir Produkte nicht kriegen. Ich verstehe auch das Messen mit zweierlei Maß, das ist natürlich wieder, weil dieses Bild der doofen Grünen, die es da irgendwie nicht hingeschissen kriegen, also ich glaube, wir sind uns einig, dass eine riesen Shit-Kampagne gegen die gefahren wird und da schlägt es natürlich rein. Ja, natürlich jetzt nicht wahnsinnig diplomatisch, aber ich muss sagen, ich wünsche mir Politikerinnen und Politiker, die halt doch so agieren und auch klare Kante zeigen, weil ich denke, es werden sie immer Lösungen finden. Und ich denke nicht, dass man, dass jetzt China sofort irgendwie eine Atombombe auf uns loslässt oder dass die irgendwie jetzt irgendwie alle Wirtschaftsverbindungen kappen, das glaube ich eben nicht, weil die brauchen uns ja genauso. Aber ich denke halt irgendwie, dass es wichtig ist, dass man irgendwie jemanden hat, der halt nicht Diktatoren in den Arsch kriegt, wie das auch Merkel gemacht hat, wie jetzt mit Putin. Das ist ja absolut richtig. Nur die Frage ist, wem ist geholfen, wenn sie oft öffentlich gut für China hörbar sagt, das ist eine Diktatur. Oder sie kann natürlich sagen, die und die Maßnahme ist irgendwie nicht so gut, begrüßen wir nicht, entspricht nicht unseren Werten. Selbstreflexion vielleicht, dass jetzt Xi Jinping aufwacht und sagt, oh Gott, sie hat recht. Was habe ich getan? Ich habe ja ein Einparteiregime aufgemacht. Okay, ja gut. Wie konnte ich nur? Wir werden weiter, wir werden euch auf den Laufenden halten, wenn rauskommt, dass Xi zur Besinnung gekommen ist, weil Annalena Baerbock Diktator gesagt hat. Ich wünsche dir, dass Xi Jinping zumindest, dass er aufwacht und feststellt, oh Gott, ich war ein Diktator, ich höre auf damit. Okay, drücken wir die Daumen. Haben wir noch Themen? Wir kommen zur Stunde. Ich habe jetzt keine Themen mehr so bewusst aufgeschrieben, aber wir können gar nicht mal über die Playlist sprechen. Ja, also ich hätte gerne die traurige Ballade von Susi Sparkowski. Ja, gerne. Da ja die Ärzte endlich bei Spotify sind, können wir die auch hinzufügen. Aber wirklich, der Herbst des Lebens, ich dachte, oh, die ist so spontan geplant, die Tour, ich weiß nicht, ist das für ihr nur so ein bisschen hingeschissen und so, aber alter, es war das, ich glaube wirklich, das beste Konzert, was ich hatte, einfach von der Performance her. Es war stickig, es war voll, es war schwitzig und ekelhaft, aber die Performance war richtig geil. Ich weiß nicht, also, hattest du in dieser Tour die Ärzte gesehen? Ja, in Bremen war ich jetzt, genau. Hat der auch Leben vor dem Tod gespielt? Ja, es war richtig emotional, auf jeden Fall. Hat der dann auch diesen geilen Beleuchtungseffekt an? Ja, 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 das sah so geil aus, ich dachte, ich gehe in den Arsch, ey, also von allem, von der Aufmachung und so weiter, ich glaube, das ist das beste Konzert, was ich von denen bisher hatte. Ja, gehe ich mit, also ich habe sie jetzt, ich habe jetzt, wie oft gesehen, sechs oder sieben Mal insgesamt, vielleicht, und es war, glaube ich, Platz zwei, ich glaube, Platz eins war Kolumbiahalle, würde ich sagen, okay, wobei es echt knapp ist, aber in der Kolumbiahalle haben sie halt, oh, ich habe so eine Wortführung gestorben heute, haben sie das Lied gespielt, was sie sonst nicht spielen. Das Lied? Ähm, Eva Braun. Hier, hier, nee, nee, flachlegen, ich komme gerade nicht drauf, scheiße. Geschwisterliebe. Ja, Geschwisterliebe, danke. Okay, geil, das ist nice. Ja. Ganz kurz. Ja. Okay, ich musste nur ganz kurz was fragen, weil wir haben gerade eine Pizza im Ofen und ich wollte rausfinden, ob die nicht irgendwie verbrennt. Wir hatten gerade ein schönes Curry mit Kartoffeln und Sauerkraut und Nudeln, richtig nice. Geil, dann gibt es gleich für mich Essen, du hattest schon. Ja, aber wie gesagt, dass die Ärzte jetzt auf der Tour so viel gespielt haben, was man von anderen Toren nicht kennt, was sie ewig nicht mehr gespielt haben und auch einige Hits jetzt weglassen, also die haben ja irgendwie auch gesagt, dass sie keinen Bock mehr auf Westerland haben, keinen Bock mehr auf zu spät, bin ich komplett cool mit. Also zu Westerland gehe ich schon lange nicht mehr ab, das ist einfach fertig, ne? Ja. Und wenn dir danach halt, geht mir genauso. Wenn dann dafür halt so Brette rauskommen, die man halt sonst nicht hört auf Tour, ist schon ziemlich geil. Ja, geht mir genauso. Ne? Haben sie bei euch auch drei Stunden gespielt? Fast. Ah ja, okay. Was ich sehr unpunk fand, dass die eine Minute vor um acht angefangen haben zu spielen. Was ist denn los? Ey, ich dachte, Rockstars lassen sich dann noch ein bisschen feiern. Aber gut, ich hab mich nicht beschwert. Ich dachte mir nur so, aber nicht die Ärzte. Was die Ärzte? Achso, ja, aber nicht die Ärzte. Ja, ja, genau, richtig, ja. Ja, jetzt sei es verstanden. Also du tust von die Ärzte, die traurige Ballante von Susi Barkowski rein und ich von der Band Blond, du und ich, der hat mir Mio gestern gezeigt, das ist ein, ein sehr, äh, ein sehr kritischer Song über toxische Männlichkeit, den ich sehr gut fand, von wegen so, du schickst mir jetzt, das heißt mir ein Dick-Pick geschickt, es musst du mich auch heiraten und so und, äh, es bin ich für immer deine Frau und so, also so, du bist auf so eine creepy Art und Weise und finde ich ganz cool, also Blond, du und ich. Das rennt bei dir offene Türen ein? Äh, schon, finde ich witzig. Okay, sehr, sehr gut. Was geben wir der Woche? Gebe ich der Woche, ich gehe nochmal drüber, ich muss übelst viel recherchieren, das war wirklich nichts, was war denn krass? Ja, Roger Whittaker ist gestorben, das war ein... Kein Schweinkindroscher Rischikosch. Roger Whittaker, der ist, ich hätte fast ihn in die Palace getan, aber ich dachte mir, der hat es eher erlebt jetzt so, ich will jetzt lieber neue Künstlerinnen supporten. Also ich hatte viel, ich hatte, nee, sorry, News-mäßig, keine Ahnung, ich habe hier noch, die Ukraine ballert die Schwarzmeerflotte weg, okay, die Ukraine ballert das Headquarter in Sevastopol weg, okay, das ist schon alles ganz nice, aber mehr als eine 3 wird es bei mir nicht. Ja, gehe ich glaube ich mit. Okay, machen wir eine 3. Sehr schön. So krass war es nicht. Okay, dann hoffen wir das nächste... Aber Roger Whittaker, liebe Leute, hat eine richtig geile Stimme gehabt, hört mal rein, das lohnt sich. Ja, ich muss sagen, dass ich in meiner Brennfunkvertretung, ich glaube, die fällt noch ins Spätsommerlach, irgendwie war da immer nicht ganz so viel, also ich meine, das krasseste war, dass der Kanzler eine Augenklappe trägt, ich hoffe, dass nächste Woche mal was kommt. Sonst heißt es dann, wenn der Herr Rodes Brennpunkt macht, sind immer so wenig Themen. Was wäre denn eine News, die du dir wünschen würdest? Ukraine nimmt Krim ein, ballert die Kerchbrücke kaputt, nimmt auch noch den ganzen Donbass ein, wäre eine gute News. Ja, gehe ich mit. Und Russen ziehen alle ab und probieren es auch nicht nochmal. Das wäre nice. Putin entschuldigt sich, hat alle getöteten Menschen wieder zum Leben erweckt und so und meinte, ja, war es dumm gelaufen, sorry. Auch hier übrigens die Rammstein-Anschuldigungen sind nicht, weil die habe ich nur inszeniert. Tilin hat gar keine Frauen belästigt und missbraucht. Das wäre mein Wunsch, aber es wird nicht passieren. Til ist ein Ferkel. Und natürlich, Stefan Rapp kommt zurück. Nee, brauche ich nicht. Also das, entweder das oder, also wenn ich mich zwischen Demut und Ukraine entscheiden könnte. Nein, das ist fies. Das würde ich mich nicht entscheiden. Dann darf Stefan Rapp noch ein bisschen wegbleiben. Es gibt sogar so einen Song, da hieß auch irgendwie Ein Land ohne Stefan Rapp ist nicht mein Land. Okay, davon habe ich nie gehört. Großartig. Ist auch nicht groß, die Band. Ich glaube, die heißt sogar, war es die Band? Ein Land ohne, ich google mal ganz kurz, Ein Land, ohne Stefan Rapp. Ich will ja sagen, die Musik wird laut, aber ich habe mir noch gar nichts fürs Intro überlegt. Was meinst du für Intro, als Song? Ja, wie ich diesmal den Intro Song cover. Ach so, ja, das fand ich echt beeindruckend. Okay, letztes Mal war es doch einfach nur A Cappella. Ja, aber es ist doch voll nice. Okay. Ich habe es gerade gefunden und zwar, der Song heißt Deutschland ohne Stefan Rapp in Klammern ist nicht mein Land von der Band Die Lieben Löwen und die hießen früher Die Band, ich habe auch vor dir mal einen Song geschrieben. Gerne mal reinhören bei Die Lieben Löwen. Gute, trashige Punkmusik. Gut, wenn du nicht reinhörst, dann muss es nächstes Jahr die Playlist. Mein GF hat mir gerade eine Pizza unter die Nase gehalten, die Musik muss es wirklich ganz laut werden. Hey boy.